so hallo liebe wesen das hier ist aufnahme session ich denke mittlerweile sogar fünf und divine cblock technology und ja ich habe mich entschieden auf ein bisschen mehr entspannende cblock zeit ich weiß nicht ich krieg jetzt ein bisschen damage aber ich habe hier ich habe ich hier bei dieser es gibt so viel zu töten aber der farm dort hinten habe ich ein rainbow getötet und jetzt habe ich ein healing stone also zur sicherheit kann ich ihn auf slot 2 behalten und dann kriege ich immer was nützliches daher dass jetzt ich nicht viel machen kann bevor ich denke ich ist am sinnvollsten dass ich einfach also denke ich dass es sinnvollsten ist einfach an der mittleren opfern weiter zu bauen bis ich nicht das eisen bekomme also ich werde einfach mehr layers zu der einen farm machen und das wird das sein also ja viel mehr kann ich jetzt nicht machen und ja ich habe mich entschieden dass hier ein bisschen doch zu reorganisieren zwar ich würde eigentlich gerne doch hier normale bäume haben dafür würde ich einen dynamic trees baumchen der mitte wachsen lassen also ja so dann habe ich wieder einiges an sie zum ersten zwar kein gutes essen aber es ist etwas ja dann fällig mal das ja bringt auch nicht sehr viel wie man sieht da muss man länger warten bis die dynamic trees auch gescheit gewachsen sind und ich denke ich warte diese zeit nicht sondern dann pflanze ich einfach normale bäume an eigentlich kann ich habe jetzt hier rennen weil ich essen habe also ja dann bin ich so dann mache ich das hier und das hier und ja eigentlich werde ich jetzt einfach entspannend weiterspielen und halt materialien sammeln an der farm bauen nicht vieles wird sich tun aber dann wenn ich irgendwas erreiche reporte ich das sozusagen ja also ja dann spiel eine weile wird vielleicht lange sein aber dann werde ich mich wieder was man schon merkt ist dass ich ziemlich spät am abend gerade spiele deswegen ist die sonne auch also was man merkt ist dass ich spät am abend spiele also ist die sonne auch fast schon unten und das kann eine möwe das kann eventuell dazu führen dass sich mobs hier spawnen aber ich denke bevor die sonne ganz untergegangen ist höre ich eh dann auf also ja damit jetzt nichts schlimmes geschieht aber das ist schon eine ziemlich schöne ansicht egal ich mache weiße ein spider hat sich geschafft raus zu spawnen das ist komisch und ich bagge im boden ähm okay ich gehe meine sachen sofort holen aber das ist komisch wie der spider es geschafft hat sich raus zu zu porten obwohl da kein solid block war also das überrascht mich wirklich hätte ich jetzt nicht erwartet okay das ist der spider selber okay ich hole mir dann mein schild wo ist mein schild ich brauche mein schild für diese spinnen ein paar sachen sind raus geflogen und hier ist mein schild so jetzt kann ich ihn auch besiegen nein okay so geht es auch genial dann tötte ich mal die hier und viele creeper noch immer kein eisen dabei und das ist interessant ok das spiel lag ah na doch nicht hier spawnen sich immer die reinge hier spawnen sich immer die reinge hier spawnen sich immer die reinge wo ist ok jetzt habe ich drei healing stones konnte sie nicht rechtzeitig benutzen beim ender spider leider und kein eisen noch immer na das wird eine ein einige zeit dauern ich hätte auch gerne die spitzhacken vom undet miner das wäre auch was tolles und ich mache mir einige slaps dann baue ich weiter was hey wie hat das jetzt funktioniert das ergibt keinen sinn wie sterbe ich oh nein es ist auch nacht ich sollte aufhören bevor noch schlimmeres geschieht das ist schon ziemlich schlimm was geschehen ist und jetzt sehe ich auch nichts nein was mache ich denn nur was mache ich denn nur sind meine sachen hier nach unten gefallen ja sind sie wenigstens das oder wo denn nur teilweise wo denn nur teilweise ich bin hier gestorben willst du mich töten die sachen könnten auch hier liegen das ist das problem scheint nicht so zu sein dann sind sie im gebäude selber naja ich hoffe mir geschieht noch ein nicht noch einmal so etwas was das würde wirklich schlimm sein ich habe auch einige sachen verloren aber die hauptsachen sind da also ja die wichtigsten sachen sind da wenigstens ich hole mir eigentlich dieses korbel da das ist ja auch noch dann kann ich mich hier so hochgraben und das was ich abbaue fällt ins wasser so dass ich es wieder aufheben kann außer dass aber das egal ist hier nur ein cobblestone ich bin hier so ich bin hier ich bin hier Um, um, um. Um, 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 um. 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 Um, um, um. Um, um. Um, um, um. Um, um, um. Um, um. Um, um.